So, wo, wo, wo ist denn der Konvoi mit Oliver? Äh, w-wa? Im Rosthof? Äh, am Rosthof? Oh, ey, er ist aber auch wirklich... Wie es hier wieder aussieht, was hier wieder los ist. Oh, entschuldige, dich habe ich hier ganz übersehen. Na gut, Oliver, dann, äh, versuche ich dich jetzt mal da auch noch irgendwie rauszuhauen. Mal wieder. Oder was heißt mal wieder? Vielleicht kriege ich ja noch einen für die Höhle. Ja, für die Höhle. Uh, hier brennt alles. So. Da unten liegt auch noch einer. Oh, hier. Äh, okay, ich glaube, die beiden lasse ich mal ihre Ruhe in Ruhe. Ist ja doch irgendwie peinlich. Ach, nee, komm, ich nehme es doch. Es ist doch irgendwie... Jungs, sucht euch eine Höhle. Ja, aber er genießt richtig. Guckt ihr den an. Ganz relaxed liegt er da. Es ist, ja, ja. Es ist... Es ist scheiß Wetter. Gut, äh, ja, das scheiß Wetter gönnen wir jetzt mal. Und fahren zum Rosthof. Den Konvoi abfangen, okay. Wäre ja schon mal etwas, aber es fehlen ja noch ein paar mehr. Munition. Da ist nix. Ach so, aber... Ich werde mir nochmal eine Weste kaufen. Das ist definitiv einzigartige Waffen, was? The Shadow Ripper. Boah. Nietzsche. Mehr den Lachs. Nö, nö, danke. Das muss jetzt ja nicht sein. Cool. Aber ich wollte eigentlich... Als Konsumartikel... Ihn hier. Danke. Wie sieht's denn eigentlich? Habe ich wieder irgendeinen Fähigkeitspunkt verpasst? Wollte mal kurz gucken. Tatsächlich. War ja wieder klar. So. Jetzt könnte ich die Atemkontrolle... Tod von unten. Aha. Beim Schießen aus der Hüfte. Nutze ich eigentlich jetzt nicht ganz so viel, aber... Ist auch nicht schlecht. Aber ich wollte ja... Die weiche Landung erstmal machen. Ich will mir das Tattoo nochmal ansehen. Nice. Das hier muss nochmal gefüllt werden. Das sieht ein bisschen doof aus. Dass das so leer ist. Tschisch. Tschisch. Sorry, hier ist ja auch scheiß Wetter. Ja. Das war auch zu erwarten. Ne. Willis. Ja, da ist Willis. Okay. Willis ist anscheinend mit dem Auto da. Ich muss laufen, weißt du? Ja, okay. Muss ich nicht. Es gibt ja genügend Autos überall. Okay. Ja, scheiß Wetter hier. Nee, der hat sich nicht für mich interessiert. Sehr gut. Feiner Tiger. So, Willis. Was gibt's denn hier? Hier soll der Konvoi dann drankommen, nehme ich an, ja? Zu spät. Der Konvoi hält bei der Schwimmfarm. Dort verladen sie Oliver in einen Heli. Ich brauche einen Aussichtspunkt, bevor dieser Austausch stattfindet. Äh, viel zum Aussichtspunkt. Ja, okay. Ähm, dann heißt das, ich muss... Was? Äh, würde das jetzt schief gehen, wenn ich jetzt hier über den Rosthof gehe? Wahrscheinlich. Ich muss wahrscheinlich ihn hier nehmen. Na, steig ein. Äh, warte, wo muss ich... Wo muss ich lang? Also, hier lang. Äh, Moment. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Es wäre aber richtig, okay. Oh, lieber, ich komme. Okay, ich habe eine Idee. Ich, äh, übrigens, ich habe eine Idee. Äh, äh, verdammt. Wo ging's hier hoch? Wo ging's hier hoch? Sag mal, verdammt. Heilig. Ich glaube, das ist keine gute Idee gewesen. Aber ich wusste sonst nicht, wie ich da am schnellsten runterkommen soll. Was? Äh, was war das denn? Weg dich, los, zack. Keine Zeit, jetzt geht's. Scheiße, aufs Auto. Keine Zeit. Ah, bloß kann ich schleiß, bloß kann ich schleiß. Okay, das lohnt sich überhaupt nicht. Oh, ich war fast da. Okay, also auf den Turm gehen, das lohnt sich überhaupt nicht. Ich dachte jetzt von wegen, ich würde vielleicht an dem Seil direkt vom Turm dort runterkommen. Das war ja wohl echt, äh, nach Lachnummer. Das ist notwendig als erst mal so. Oh. Keine Zeit tuo raus. pued Tor. Ich weiß nicht, lange nicht so. Oh, was Additionally. Ich weiß nicht, wir sind nicht zu. Oh, was nicht mehr. Oh ja, okay So wird's dann doch wesentlich schneller Äh, sichere das Gebiet Äh, wer ist denn hier noch? Hallo? Hallo, ist hier noch jemand? Hallo? Der Vorsprung ist perfekt Echt? Wo ist Oliver? Lieber warten, bis ich ihn sehe Er ist doch bestimmt da drinnen Okay, und nu? Da ist er Und jetzt? Warte auf den perfekten Moment Für einen Schuss Und lasst ihn in Frieden, ihr Arschlöcher Alter Aber ich kann die Kamera nicht loswerden Die dürfen Oli nicht in den Heli bringen Lauf, Oli, na los! Mann! Ich wollte doch die Tonnen Ich bin der ganze Pokémon Was hab das? Was hab das im assassino? Was hab das? Was hat das? Was hab das? Was hab das? Was hab das? H Dollar hat Hbleibe! Laufbeider! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, das Boot! Oliver, hier! Ey! Danke fürs rauszuholen! Ey, krasse Tattoos, Mann! Verschwinden wir von hier! Krasse Tattoos, Mann! Wo? Oh! Halt das Boot gerade! Ich versuch's! Schneller! Wir entkommen! Wuuu! Yo, Flack auf der Rücke! Ja! Ja! Booth! Lass mich auf, Luke! Trucks nähern sich auf der Straße! Oh! Überall! Stell sie ab! Halt das Boot ruhig! Halt das Boot ruhig! Scheiße, Mann! Hubschrauber! Ja, ja! Ich seh's! Hubschrauber! Ich hab ihn! Wir stürzen ab! Wuuu! Nein! 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 Das war's, Oli! Oh Gott! Alter! Du hast mich gerettet! Alter! Und die haben meinen Vater erpresst! Der wollte denen ein riesen Vermögen zahlen! Alter, die hätten dich auch als Sklave verkauft, wenn er gezahlt hätte! Oh, Scheiße! Ja! Alter, was für ne mega Scheiße, Mann! Weiß nicht, ob ich klarkomme! Ich kenn' dich, Oli! Du kriegst das hin! Du bist stärker als du denkst! Komm mit mir! Ich weiß, wo du in Sicherheit bist! Ja! Huh! Die Höhle wird gemütlich! Lass den Kiffer in Ruhe! Okay! Leisha, Daisy! Ich hab' Oliver! Hey! Hey! Mädels! Wie schön, dass es dir gut geht! Oh, schön! Puh! Ich fliege wie ein Vogel, das Gebäckshaus brennt! Wollen wir hier bitte hier landen? Oh, das Zeug haut mächtig rein! Oh nein, zwei Kiffertreffer! Ja, ich, hey! Ich bin in einer Sekunde da! Es ist ja wie im Himmel! Oh, Scheiße! Hey, Jason! Kannst du mal ne Sekunde kommen? Ich muss dir was zeigen! Ja, Lucy! Ich muss dir auch was zeigen! Komm! Ähm! Oh, auch schön! Noch ein Kreuz für Grant! Oh ja! Danke! Ich hatte bisher keine Zeit! Ich hoffe, das hast du jetzt nicht ganz Zeit gemacht! Das ist ein bisschen wenig! Werden wir! Nur nicht jetzt! Ich muss Riley finden! Wenn dem Jungen irgendwas passiert... Passiert es mir! Okay, und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos! Ich sag ja nicht, dass du sie nicht retten sollst, aber ich... Mach mir Sorgen! Es verändert dich! Lisa, keine Angst! Zum ersten Mal nehme ich mein Leben selbst in die Hand! Das stimmt, ja! Das ist doch was Gutes! Daran haben wir hart gearbeitet! Und ich hab dir einen Studiojob besorgt! Ich hab Steve... Ich will jetzt nicht über deine Ex-Freunde sprechen! Das ist mein Weg! Ich muss ihn alleine finden! Okay! Okay! Verstehe, du bist gestresst! Wir sehen uns später! Ich liebe dich! Achso, okay! Na gut! Jetzt geh! Bevor ich dich wieder aufhalte! So war's ja auch wieder nicht gemeint, aber... Du findest besser die anderen! So war's doch auch wieder nicht gemeint, aber es ist trotzdem ein bisschen doof, jetzt mit sowas zu kommen, weißt du? Wie geht's Oliver? Ist er da auch ein bisschen am Machen? Nö! Halten zu interagieren, was muss ich denn machen? Wow! Sieht toll aus! Ja, braucht noch ein bisschen Liebe, aber ist fast fertig! Cool! Danke, dass du das übernimmst! Hey, das machst du auch da draußen! Was machst du denn? Boyle reinhauen? Hey, darf ich dich mal was fragen? Oh, oh! Sieht mal, du hast doch dieses Jahr diese Schwimmmeisterschaft gewonnen, oder? Ja! 400 Meter! Wie hat sich das angefühlt, zu gewinnen? Nicht auf dem Treppchen, sondern im Wasser, beim Anschlag! Ähm... Als ob ich voll da wäre! Als wäre ich die ganze Welt! Weißt du... Ich hätte nie gedacht, dass ich töten kann. Das erste Mal war schrecklich. Was ja gut ist, richtig? Aber... Aber jetzt ist es, als ob ich gewinne. Jetzt macht Spaß! Ey, 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 ey! Du okay? Ja... Mir ging's nicht besser. Nimm mir die Kettensäge weg! Vorsichtshalber! Okay! Ich geh wieder raus töten! Gut, ja. Das muss einfach gesagt werden. Kann ich nochmal interagieren? Sprintschub! Äh... Ey! Was ist das denn? Der macht sich ja echt nützlich, der Junge! Warum hab ich denn den gerettet? Wirft Steine! Was ist das für einer? Ich komme aus Berlin-Kreuzberg, weiße! Ey! Danke fürs Beschützen! Ja... Geht's ja echt ab wie... Wie bei Willy Wonka! Ist klar... Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss noch ein... Feuer inhalieren! Bis später! Äh... Was ist das für eine Hilfe, Alter? Weißt du, die... Die Mädels machen hier alles? Na gut, äh... Also, Daisy macht alles. Und er hier inhaliert hier irgendwelche... Keulen-Linien... Äh... Lilien. Und? Bist du zufrieden, oder was? Wofür hab ich den überhaupt gerettet? Hatte mich erst gefreut? Ja, wir haben wieder einen... Dann hier... Er hier! Dann... Ist hier voll am Kiffen! Oh, Kiffer! So... So... Und, äh... Bei ihr ist alles okay? Du findest besser die anderen! Ach, mein... Das hab ich voll das schlechte Gewissen, verdammt! Ist das denn eigentlich ein Fußball? Ne! Ach, Müllbeutel! Die haben hier ein eigenes Zelt! Schläft nur einer drin! Und... Ja, ich finde jetzt besser die anderen. Ich geh jetzt! So... Tschüß! Ich will töten... Hööööööööööün! Okay... Und ich hab einen Fähigkeitspunkt,? Hab ich auch grad gesehen. Ja, ja, ja. Aber jetzt muss ich wahrscheinlich erst mal wieder Dennis telefonieren. Und ich? Okay... gauge... Ich habe irgendwie noch keine weitere Quest. Nope. Also sieht jetzt erstmal nicht so aus. Also heißt jetzt erstmal Wagen. So. Fähigkeiten. Irgendwas ist da gerade aufgeploppt. Ich hab's noch gerade so gesehen. Tod von unten. Erklimmbare Kante hat eine gezieltes Nachladen. Jason. Ich habe seinen Freund gefunden, Keith Ramsey. Ein Hitman, der für heute arbeitet, kauft sie ihn. Er ist meistens in der Bar bei den Baracken. Wie ist sein Name? Buck. Buck. Also sein Name ist Buck. Und er ist hier für den Fuck. Nein. Nein. Fährt er ein Auto? Pussy Wagon? Verdammt. Das ist Kill Bill. So. Oh. Ähm. Äh. Ja. Und äh. Wer ist er? Oh. Da ist ein Bug. Bug. Komm ich da unten eigentlich gar nicht? Ja gut. Da unten scheint es erstmal uninteressant zu sein. Hab ich so das Gefühl. Dann gehen wir da erstmal zu Bug. Bereit für den Fuck. Okay. Wir gehen aber erstmal in den Einkaufsladen. Weil ich will erstmal nochmal gucken, ob ich da auch wirklich voll bin. Weil zumindest als Konsumartikel kann ich wohl meine Sicherheitsverse wieder kaufen. Was ist mit mir? Eine Kriegsjournalistin auf der Suche nach einer Story, nachdem ich die... Halt die Schnauze. Du bist einfach verrückt. So. Jawohl. Oh, mir geht das... Mir geht das Geld langsam aus. Sei still. Sie haben meinen Mann getötet. Ich war Ärztin, bevor sie mich in eine stinkende Zelle geworfen haben. Natürlich. Naja, was du alles warst. Journalistin, Ärztin. Wahrscheinlich auch Superwoman. Also er ist in der Bar. Und da ist auch noch so eine... Ich glaube das ist der DLC. Der Monkey Dead Monkey Boom. Jason? Hörg? Das ist Jason, ja? Hallo? Wer ist da? Mann, ich glaube ich habe hier den Falschen. Ich suche nach Jason. Ist der irgendwie... Da? Ist Jason in der Nähe? Wer ist da? Hörg, Mann! Jason kennt mich noch nicht, aber ich brauche etwas Hilfe, wenn er interessiert ist. Ich sende meine Position. Sag ihm Bescheid, okay? Hä? Was war denn das für ein Honk? Sprich mit Hörg. Ah, das ist dieses Monkey... War das dieses Monkey Ding oder was? Ja stimmt, das Monkey Ding ist weg. Monkey Sea Monkey Boom. Der ist wohl irgendwie voll. Voll, voll. Aber ich will jetzt erstmal... ...mit Buck sprechen. Dem Witzbold. Ah, das ist ja auch so wie so ein Buck. Hey. Willst du Buck? Ich habe nicht Geburtstag. Dann ist wohl Weihnachten. Ich suche meinen Freund, Keith. Hey, sorry. Da klingelt nichts. Du hast ihn von heute gekauft. Ah, den. Er sagt, er heißt... Ein Brüller. Ja. Also gut. Dann reden wir Klartext. Du bist Jason Brody? Hey, hört zu. Ich will nur Keith. Jason, Jason, Jason. Wir sind doch nicht alles Wilde hier. Wir sind Geschäftsleute. Kapitalisten. Ich habe etwas, das du willst, oder? Mein Produkt. Und du hast auch etwas. Und was soll das sein? Oh, nur ganz ruhig, Jace. Vorsichtig. Legst du mich um, kriegst du ihn nie. Das ist ein Top-Din für mich. Top-Karte. Hä? Beschaff mir den. Und du und ich sind Quid. Was? Ich wollte gerade sagen. Dolch habe ich schon mal gesehen. Dolch? Ein Dolch? Das ist kein scheiß Dolch. Das ist Kunst. Da steckt mehr Geschichte drin als in euren Arschbacken. Das ist mein Preis, klar? Wo ist der? Dieser Schatzsucher, der wusste, wo er ist. Aber war es, schnappte sich das Boot, während der nach einem chinesischen Schatz wühlte. Und was bekam er noch? Die Dolch. Den Dolch? Nein, nicht den verschickten Dolch. Seine Position. Was? Welche Position? Du willst dies zurück? Geh zu dem verdammten Boot und finde heraus, wo das Artefakt verbuddelt ist. So, und jetzt ab. Verpiss dich. Wo ist mein Gewehr? Alter! Na Mensch, von dem geht's gut. Barkeeper, du sollst ein bisschen darauf achten, von wegen, wie viel du deinen Leuten zur Verfügung stellst, ey. Halleluja. Was ist da drin? Ich hoffe, Apfelsaft. Ah, was ist das denn? Ach, du Schande. Da soll ich doch wohl nicht hinschwimmen. Nein. Nein. Und wenn, dann werde ich da nicht hinschwimmen. Oh, Mann. Okay, das ist auf hoher See. Meiner Meinung nach, das ist ein Boot. Aber zumindest gibt es hier am Strand ein Boot. Das ist doch schon mal gut. Na ja, so hoch sehe ich ist der, ist das auch wieder nicht. Da unten ist ein Boot. Geht's denn hier schneller? Äh, ja. Da geht's schneller. Aber das wäre mir ein wenig zu schnell. Muss ich gestehen. Ich will mir nicht die Haxen brechen. Hoi. Hey, coole, coole Karre. Na, das ist doch mal ein Boot. Das gefällt mir. Komm, das schaffst du. Jason, ich glaub an dich. Sehr gut. Okay, auf zum Boot. Mit nem Boot. Infiltriere die Nostalgie. Ja, wie im Infiltrier. Ich rammelte den Busch. Ja, ist klar. Ah, schau mich. Er ist nicht hier. Ne, eben. Beruhigt euch mal. Darf uns nicht nochmal entkommen. Klar? Aber er ist doch nicht hier. Dieses Mal kriege ich dich. Da schwöre ich dir. Nein, nein. Kann gar nicht sein. Ja, da beruhigen sich schon einige wieder. Noch ist nichts passiert. Oh. War wohl nichts. Was macht der? Sag das. Du hast das schon. Das kam von der drüben. Ah, ich schlitz dich auf, ah! Mist! Den treffe ich mir vor! Wo ist der Hinmann? Oh, ja, ich schlitz dich auf! Ja, ich schlitz dich auf. Ich lege dich auf, mein Mann. Ja, ja, sieh besser, Mann. Wann das nicht zwei? Ja, ich hab Spaß. Du bist ziemlich schlecht. Einfach nur von wegen, weil du da stehen bleibst. Ich möchte ihn hier gerne ausnehmen, danke, darf ich? Nee, darf ich nicht. Oh! Den darf ich auch nicht ausnehmen. Was soll ich denn jetzt machen? Ja. 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 Ja.